Die G-Klasse gilt als Urvater aller Mercedes-Benz SUVs. Seit 1979 wird sie nahezu unveränderter Art und Weise gebaut und ist damit die längste erhältliche Baureihe von Mercedes-Benz. Alle Mercedes-Benz Offroader tragen heute das G im Namen und verstecken damit nicht ihre Gene, die von der G-Klasse kommen. Die G-Klasse hat nicht nur die Rallye Paris-Dakar gewonnen und ist für den Papst als exklusives und sicheres Fortbewegungsmittel geschätzt, sondern ist auch ein Lifestyle-Objekt auf der ganzen Welt. Zum Marktstart im Februar 1979 stehen den Kunden vier Motorisierungen zur Auswahl. Das Leistungsspektrum der G-Klasse geht von 72 PS bis 156 PS und die Kunden können zwischen vier Aufbauvarianten wählen, zum Beispiel das Cabriolet, der Station Kurz oder der Station Lang. Zu ihrem zehnten Geburtstag im Jahr 1989 erfindet sich die G-Klasse neu. Mit der Baureihe 463 wird Mercedes-Benz dem Kundenwunsch nach gesteigertem Komfort und noch höherer Alltagstauglichkeit gerecht. Nur vier Jahre später folgt mit dem 500 GE in einer Klein-Line-Serie von nur 500 produzierten Einheiten der erste Achtzylinder in der G-Klasse. Bei ihrem 20. Geburtstag 1999 folgt mit dem G55 das erste AMG-Modell der G-Klasse. Bei ihrem 30. Geburtstag im Jahr 2009 werden bereits 22.000 Einheiten pro Jahr von der G-Klasse produziert. Seit 1979 wurden bis heute über 300.000 Einheiten der G-Klasse produziert. Eine Legende eben. Seit 1979 schafft die G-Klasse souverän den Spagat zwischen extremer Geländegängigkeit und Komfort auf der Straße. Und das macht sie einzigartig. Abseits der Straße spielt die G-Klasse ihre hervorragende Geländegängigkeit ganz besonders aus. Die Allrad-Tradition bei Mercedes-Benz geht auf das Jahr 1907 zurück. Damals baute die damalige Daimler Motorengesellschaft bereits ein erstes Allradfahrzeug, das sogar noch über Allradlenkung verfügte. Zu den berühmtesten G-Klassen zählt zweifelsohne das Papamobil. 1980 baut Mercedes-Benz für den Papst eine G-Klasse mit Glasaufbau. Und 1983, nur drei Jahre später, gewann die G-Klasse die berühmte Rallye Paris-Dakar. Im Februar 1979 wird die G-Klasse in den Markt eingeführt. 1990 bekommt der Papst seine ganz eigene G-Klasse. Und ab da an ist das Papamobil in der ganzen Welt bekannt. 1983 gewinnt die G-Klasse mit Jackie X am Steuer die berühmte Rallye Paris-Dakar. 1989 wird mit der Baureihe 463 ein neues Modell der G-Klasse eingeführt, das den Fokus noch mehr auf Komfort und Alltagstauglichkeit legt. 1993 kommt mit dem 500 GE der erste Achtzylinder in der G-Klasse. Eine absolute Kleinserie von nur 500 Stück werden seinerzeit gebaut. 1999 folgt mit dem G55 das erste AMG-Fahrzeug der G-Klasse. Seit 1979 steht die G-Klasse für herausragende Geländegängigkeit gepaart mit hoher Alltagstauglichkeit. 2019 feiert die G-Klasse schon ihren 40. Geburtstag und ist damit bereits heute die am längsten produzierte Baureihe von Mercedes-Benz. Die G-Klasse gilt als Urvater aller Mercedes-Benz SUVs und daher tragen heute alle Offroader das G im Namen.